Vermutlich haben Cousteau und seine Kollegen als erste Walkie-Talkies in ihren Helmen benutzt. Aber wir haben in unsere noch diese Antennen eingebaut, damit wir Musik hören können. Die Belafonte, das Zuhause von Team Sissou. Eine erfahrene Crew von Tiefseetauchern, Abenteurern, Dokumentarfilmern. Action! Unter der Leitung des international renommierten Ozeanografen Captain Steve Sissou. Experte für jede Lebensform unter Wasser. Blutegel! Vorsicht Leute, überall Blutegel! Hat die sonst niemand? Bin ich der Einzige? Was ist los? Aber es gibt eine Lebensform, über die Captain Sissou nur sehr wenig weiß. Angeblich bist du mein Sohn. Ich will dich im Team Sissou. Die Antwort ist ja. Keine Frage, ich bestelle dir eine rote Mütze und eine Badehose. Haare! Das Team Sissou steht vor der größten Herausforderung aller Zeiten. Heute Nacht werde ich mich betrinken und in zehn Tagen mache ich Jagd auf den Hai, der mein Freund gefressen hat und vernichte ihn. Was ist der wissenschaftliche Zweck, ihn zu töten? Rache! Schwören Sie vor dem Gesetz, diesen Hai nicht zu töten. Wir bilden zwei Gruppen. Ich nehme Ned, Ogata und Wolodarski. Danke. Danke, dass ich nicht mit darf. Das wird eine illegale Selbstmordmission. Ich bekämpfe dich, Steve. Sag nicht, ich bekämpfe dich, Steve. Lächle, bleib natürlich und dann hau einfach zu. Aktion! Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hier draußen bei mir? Ich hoffe es. Eine ruhige Nacht. Hörst du die Wale singen. Wunderschön. Was die wohl sagen? Oh, das war der Mülltanker. Das sind sie.